Ich habe eine Depression, ich bin die Depression, ich bin depressiv, das Ich ist die Depression, euch beschreibt mal wie sich anfühlt. Gefangen in mir selbst, Widerstand gegen das Empfinden, der Wunsch, tot zu sein, nicht mehr zu sein, still zu sein, weg zu sein. Im Frieden, Frieden. Die Depression ist, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und ich will nicht. Und ich muss, ich muss und will nicht. Dann kommen die Ideen, dass hier dieser Körper aufhängen, erstechen, erschießen, vergiften, unter Strom setzen. Kommen so, tauchen auf, aber es ist keine Motivation, gleich zu machen. Also will ich es nicht wirklich oder ich bin zu feige, dass es schief geht und dass danach das Leiden vielleicht noch größer ist als behindertes Körper. Was denkst du uns, Männchen? Und außerdem ist da auch nicht wirklich eine Garantie, wenn er jetzt tot ist, weil er keine Ahnung hängt. Vielleicht gibt es eine Wiedergeburt und dann gibt es wieder einen, der nicht empfinden will, der Angst hat, der nicht leben will, der die Unsicherheit nicht ertragen kann. Und dann gibt es einen, der sich selbst hat, der nicht sich begrenzt fühlen will, der nicht sich begrenzt fühlen will. Ja, schon schön mit Depressionen, was ist der einzige Plan? Bleiben bis es vorbei ist. Warten auf den Tod, bis er von selbst kommt. Tja. Viel Glück. Ciao.